Das verstehe ich nicht. Da ist ein 500er direkt hinter der Scheibe. Ich dachte, die gibt's nicht mehr. Na doch, direkt hinter der Scheibe hier. Lass mal weiter, ich komme sonst noch zu spät zum Jodelkurs. Ja, warte mal kurz. Warum macht man auch sowas? Es sieht aus wie eine Werbung für Sicherheitsglas. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt eine Einladung ist, den da jetzt rauszuholen. Nie im Leben ist das Sicherheitsglas. Wohin musst du nochmal, Gustav? Zum Jodeln. Kannst du jodeln? Ja, ich lerne es gerade. Mach mal. Oh, der Video! Woohoo!